Die schlechten Nachrichten für die FIFA reißen nicht ab. Das Ethikkomitee ermittelt gegen mehrere Mitglieder und Ex-Funktionäre. Die Liste ist lang. FIFA-Präsident Sepp Blatter, sein Generalsekretär Jerome Walk und UEFA-Präsident Michel Platini wurden bekanntermaßen bereits suspendiert. Aber auch Weltmeister Franz Beckenbauer und FIFA-Vizepräsident Angela Maria Villar werden auf einer von der FIFA selbst veröffentlichten Liste mitlaufenden Korruptionsermittlungen genannt. Der Australier Jamie Fuller, Aktivist für eine Veränderung der FIFA, bleibt davon unbeeindruckt. Das Ethikkomitee ist sehr spät dran. Die vergangenen zwei Wochen haben sie endlich mal ihren Job gemacht. Aber das nur, weil sie durch Walk, Blatter und Platini im Rampenlicht stehen. Und jetzt reden sie von moralischen Erfolgen. Aber von Erfolg kann eigentlich keine Rede sein. Fuller selbst ist einer der bekanntesten öffentlichen Kritiker der FIFA und plädierte bereits für eine unabhängige Reform im Zuge der Korruptionsanschuldigungen. Eine mögliche Nachfolge Blatters durch Platini sieht er kritisch. Er ist politisch tot und öffentlich verunglimpft. Selbst die Franzosen wenden sich ab. Die FIFA kündigte diese Woche an, dass die Präsidentschaftswahl wie geplant am 26. Februar 2016 stattfinden wird. Unsicher ist, ob Platini Mitbewerber sein darf, da der Franzose weiterhin für 90 Tage suspendiert ist und in dieser Zeit keinen Wahlkampf führen darf. Falls die Sperre nach 90 Tagen enden sollte, könnte er es rein zeitlich noch schaffen. Für Fuller liegen die Probleme aber viel tiefer als in einer Personalie. Ich denke, wir haben nach all dem, was wir gesehen haben, das Recht, das Exekutivkomitee zu hinterfragen. Es wäre gefährlich zu behaupten, wir könnten uns momentan auf irgendwen verlassen. Mit keinem sichtbaren Ende der Korruptionsaffären an der Spitze des Weltfußballs muss man abwarten, ob die FIFA das Vertrauen der Fußballfans zurückgewinnen kann.